herzlich willkommen bei mr bauer gaming hier heute mit einem speziellen video zu dem christischen farming dlc was in kürze also am 19 april zum download verfügbar sein wird zumindest so die ankündigung von chance ich mache dieses video aufgrund dessen weil wir gerade die 500 grenze an abonnenten überschritten haben ein bisschen ein dankeschön dazu und natürlich eben auch ein bisschen zusätzliche informationen zu diesem tool was da herauskommen soll im engeren kreis meiner zuschauerschaft kam immer wieder so ein bisschen die aussage dass bei vielen addons oder dlc ist oder zusätze für das spiel irgendwo immer davon ausgegangen wird dass man diese tools kennt das heißt dass man den 19 auch schon gespielt hat oder auch den 17 schon und hier möchte ich jetzt einfach mal mir ein bisschen die zeit nehmen es vielleicht so aufzurollen dass es auch für die die den 19 nicht gespielt haben verständlich ist was ist position farming was steckt dahinter und was erwartet uns mit diesem dlc ich möchte starten ein bisschen mal kurz was ist überhaupt eit ist einer der ganz großen bestandteile hinter diesem projekt position farming was anscheinend herangetragen worden ist da gehen wir natürlich ein bisschen später in diesem video darauf ein wie das zustande gekommen ist ist und was die aufgabe dabei ist erstmal steht für europäisches innovations und technologieinstitut oder european institute of technology welches eine einrichtung der eu ist die im 2008 gegründet oder eingerichtet worden ist um die innovationsfähigkeit europas zu stärken das eit ist ein wesentlicher bestandteil des eu rahmenprogramms zur forschung und innovation horizon 2020 was sind denn die aufgaben des eit das institut ist eine einzigartige eu-initiative zur förderung der innovation in ganz europa ziel ist es durch die einbeziehung von unternehmen und bildungs und forschungseinrichtungen lösung für dringliche globale herausforderungen hervorzubringen wir unterstützen die entwicklung dynamischer und langfristiger europa weiter partnerschaften zwischen führenden unternehmen forschungslabors und unternehmen diese partnerschaften werden als innovationsgemeinschaften bezeichnet wobei sich jede einer bestimmten globalen herausforderung wie etwa klimawandel nachhaltige energie oder gesundes leben und gesunde lebensmittel widmet das eit führt mehr als tausend partner zusammen und ist somit europas größtes innovationsnetzwerk wir fördern innovatoren und unternehmen in ganz europa um ihre besten ideen in produkte dienstleistungen arbeitsplätze und wachstum umzusetzen dies ist von entscheidenden bedeutung für die erfüllung des auftrages des eit nämlich die schaffung von arbeitsplätzen und von möglichkeiten für ein nachhaltiges wirtschaftswachstum seit der gründung im jahr 2008 hat das eit einiges erreicht es gibt insgesamt acht erfolgreiche innovationsgemeinschaften über 60 innovationszentren in ganz europa unterstützung von über 3200 startups und scale ups beschaffung von 3,3 milliarden euro externen kapital durch von uns unterstützte unternehmen schaffung von über 13.000 arbeitsplätzen ausbildung von über 3100 absolventen von master und promotions studiengängen bis ende 2020 werden es voraussichtlich 5000 sein schaffung von über 1100 neuen produkten und dienstleistungen so das ist so im prinzip ein bisschen die information rein um das eit was auch natürlich verschiedene unter projekte beinhaltet wie zum beispiel das eit climate das eit digital food health energy manufacturing raw materials urban mobility und so weiter und so fort also da gibt es ganz verschiedene schirme die dann hier noch aufgemacht werden wie das dann ganze aufgeteilt ist das precision farming tool was herausgekommt oder was angekündigt worden ist ist natürlich im rahmen von eit food und health vor allem aber von food also was ist die gesunde ernährung wie kann die gesunde ernährung nachhaltig sein auch im preiskampf natürlich auch in der produktionsstrategie und die in der anwendung auch zum schutz der des klimas natürlich teil der großen aufgaben von eit food ist natürlich das vertrauen von konsumenten in die landwirtschaft durch smarte lösungen zu steigern gesündere ernährung in der bevölkerung zu fördern nachhaltige produktionsketten mit fokus auf die bedürfnisse der konsumenten zu fördern nachhaltigkeit einer bioökonomie fördern fokus auf nachwachsende statt fossilen ressourcen aus und weiterbildung von studierenden unternehmern und fachkräften und die verbindung von innovation und unternehmendum in die landwirtschaft hinein es ist tatsächlich so dass wir zum teil von der land wird oder vom land wird vielleicht ein falsches bild haben dass der quasi eben einfach die feldarbeit macht und damit hat es sich getan nein der großbauer oder das unternehmen eines bauernhof ist es heute ein ganz klares ökologisches und ökonomisches unternehmen das heißt also es geht nicht nur darum den traktor fahren zu können sondern es geht definitiv darum auch die wirtschaftlichkeit natürlich zu steigern da geht es natürlich von hin von der berechnung der fläche die man bewirtschaftet wie auch die optimierung der maschinen die man dann einsetzt es geht nicht immer nur darum den größten traktor zu haben sondern es geht darauf hinaus auch den passenden traktor zu haben der auch am wirtschaftlichsten ist für das was man den traktor dann auch gebraucht oder die landmaschinen die man besitzt und eben auch welche maschinen sind absolut notwendig die ich selber besitze als hofbesitzer oder gibt es nicht die möglichkeit eben von gemeinschafts werkzeugen oder maschinen wie zum beispiel einer rüben ernte maschine kartoffel ernte maschine das würde sich wahrscheinlich nicht lohnen dass jeder einzelne hof eine solche maschine besitzt sondern da entstehen gemeinschaften die sich dann in der region gegenseitig helfen und wo die maschinen dann einfach gebraucht werden können es ist wichtig zu verstehen dass das projekt precision farming auf das welt dann gleich ein bisschen mehr eingehen ein projekt ist das auf eine zeitspanne von zwei jahren geplant ist das heißt also das was jetzt rauskommen wird am 19 april ist ein mal ein beginn von dieser technologie oder dieser art und weise die landwirtschaft zu verstehen wird auf jeden fall erst mal den beginn gemacht der start gemacht und ich gehe davon aus oder ich würde mal erwarten dass in den nächsten zwei jahren definitiv noch weitere dlcs dazu kommen welche für das precision farming kommen werden um das noch zu verfeinern neuen technologien hinzuzufügen und neue aspekte natürlich zu generieren ich möchte noch einmal ganz kurz einfach die partner die dabei mitmachen bei diesem projekt die namentlich zu erwähnen und zwar haben wir natürlich zum einen das eit food und natürlich die eu die natürlich dieses eit auch gegründet hat desweiten große partner dabei sind natürlich ist john dear an sich mit seinem forschungszentrum dann die universität von reading die universität von hohenheim die gruppe an in spanien und natürlich das institute of animal reproduction and food research of the polish academy of science in polen also das heißt eine polnische agentur oder kooperative ist hier auch mit an bord wie ist eigentlich dazu gekommen also innerhalb des eit food programm es hat natürlich überlegt wie kann ich die bevölkerung noch eher sensibilisieren auf gesunde gesunde landwirtschaft gesunde nahrung wie kann ich das machen und da ist natürlich scheint der beste anlaufpartner gewesen um das in ein spiel was sehr erfolgreich ist zu integrieren und daher vielleicht eben auch eine weitergehende sensibilisierung in der bevölkerung zu erzielen ja auf jeden fall eine sehr sehr schöne art und weise dass da terriens auch mitmacht und dies als kostenlose dlcs zur verfügung stellen wird also so dass der zugang zu der zusätzlichen information definitiv jeden mann erreichen kann der das spiel hat und daher finde ich das sehr 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 unterstützenswert ich werde mir dies auf jeden fall dann in meine standard spielweise integrieren auf jeden fall kommen wir mal zu sprechen wie wird das implementiert in das spiel was ist dieses addon precision farming was beinhaltet das und wie wird das unsere spielweise verändern auf jeden fall als erstes was natürlich ins auge springt ist natürlich das von dem feld oder von den ländern die wir dann besitzen auf unserem hof natürlich erstmal eine analyse gemacht werden muss wie ist die bodenzusammenstellung unserer ackerflächen als erstes ist ganz klar müssen wir unseren acker kennen wir müssen natürlich dann ganz klar erstmal erfahren welche bodenstruktur und welche zusammenversetzung hat unser boden den wir bewirtschaften werden auf unserer farm wenn wir uns ein neues feld kaufen und oder aber wenn wir als neuer farmer starten das feld was wir zugewiesen haben müssen wir natürlich erstmal herausfinden wie ist dieser boden zusammengesetzt es gibt verschiedene bodenarten zumindest war dies in dem ls 19 so gab es vier verschiedene bodenarten die einfluss hatten auf die zusammensetzung der feldfeldflächen zum einigen war dies der lehmiger sandboden der sandiger lehmboden der lehmboden und der schluff lehm je nachdem wie die zusammensetzung war war das feld mehr oder weniger fruchtbar das heißt man konnte bei gewissen feldern einen höheren ertrag erwarten als bei anderen feldern da eben je nachdem wie die boden zusammensetzung quasi da ist das heißt in diesem falle hier das erste was wir dann machen werden müssen wir müssen so oder so wahrscheinlich unsere ganze spielweise wie wir bisher den ls gespielt haben wenn wir das in unser spiel aufnehmen wollen müssen wir wahrscheinlich das ganze prinzip oder die ganzen strukturen wie wir die landwirtschaft betrieben haben in diesem spiel komplett über den haufen werfen und von grund auf neu lernen also als erstens werden natürlich bodenproben genommen dazu gibt es dann wahrscheinlich zwei verschiedene geräte wie das passieren kann das eine wäre dieser bodenprobenmesser der einen dann hinten an diesen zum beispiel schon die gator an einen treibpunkt angehängt wird muss ja nicht so unbedingt sein dass es der ex uv von schon dir ist es kann an jeden traktor hinten angehängt werden damit fährt man auf das feld nehmt dann bodenproben die dann jeweils glaube ich einen umkreis von 25 meter analysierten dann nimmt man die proben davon und wenn man die bodenproben alle zusammen hat schickt man diese in ein labor werden dann untersucht hat natürlich auch einen preis gehabt zumindest im 19 und dann kriegt man die resultate dazu zurück wie der boden beschaffen ist und damit weiß man dann auch mehr oder weniger was uns was zu erwarten ist von diesem boden wenn man einmal diese bodenproben zurückbekommen hat wird natürlich mal analysiert wie ist der ph wert der natürlich erzielt werden muss und wie hoch oder was ist der nitrat wert der den stickstoff wert der erreicht werden muss um eine optimale ernte erzielen zu können was brauche ich um die jetzige boden beschaffenheit zu korrigieren oder zu auszubestern und das war im 19er zumindest einmal so geregelt dass der ph wert des bodens mit einer schicht kalk korrigiert worden ist und der nitrat wert wurde dann über die düngung entsprechend korrigiert und auf den idealen wert gebracht im 19er war es so dass man im prinzip kalten konnte man vor der aussaat das heißt man hat dann quasi den kalkstreuer an den trecker angehängt man ist auf das feld gefahren hat dann über die eine taste dann aktiviert dass die automatische ausbringung der und automatische berechnung der kalk menge übernommen worden ist vom helfer oder von einem selbst das heißt je nachdem über welche boden art man gefahren ist wurde eine unterschiedliche rate von kalk ausgestreut so dass der ideale ph wert für den jeweiligen bodentyp erreicht werden konnte danach hat man ausgesät und danach hat man gedüngt und zwar weil er jede fruchtart im prinzip einen unterschiedlichen nitrat oder stickstoffgehalt braucht im boden wurde die düngung dann entsprechend auf die einzelne fruchtart angepasst wenn ich mich nicht schlecht erinnere waren die sojabohnen eine fruchtart die brauchte gar kein dünger oder gar gar sehr wenig dünger und dann gibt es fruchtarten die brauchen dann einen höheren stickstoffgehalt oder als die andere fruchtart das heißt jetzt haben wir im spiel standardmäßig zwei düngestufen die haben ausgebracht werden müssten im precision farming wird das wahrscheinlich nur noch eine dünge stufe sein das heißt so zumindest war es im 19 dass man dann im prinzip mit einer ausfahrt von dünger im prinzip den stickstoffgehalt direkt korrigiert hat ein wichtiger faktor in der ganzen geschichte hier ist natürlich auch die rentabilität also der die analyse zu ertrag und wirtschaftlichkeit ist natürlich auch ganz klar abhängig davon also man hat dann zum beispiel auch die möglichkeit gehabt zu sagen okay was habe ich bisher für dieses jahr für dieses feld ausgegeben das heißt wie viele boden proben habe ich genommen wie viel wie viel wie ist der wie hoch ist der wert gewesen um diese proben zu erhalten wie viel kalt habe ich ausgebracht was ist der preis gewesen für das kalt was ausgebracht worden ist und dann natürlich dasselbe auch für die düngerarten also entweder mineraldünger oder mit dem flüssigdünger da wurde dann auch eine bilanz gezogen was hat man dafür ausgegeben und am ende des jahres hat man dann auch gesehen was ist an ernte rein gekommen was ist die die steigerung zum normalen fahren im prinzip gewesen also was ist der unterschied von dem mehr aufwand oder weniger aufwand den man dann hat durch anwendung des position farming tools wie ist die differenz was hat mir das gebracht dann konnte man sehr schnell sehen in welcher art und weise das feld wirtschaftlich bebaut worden ist also auch gewinnbringend und auf lange frist auch so tragbar ist das auf jeden fall sind auch werte die dann mit ins spiel rein kommen im 19er gab es auch zusätzliche tools die man noch hinstellen konnte und das heißt zum beispiel dieser artikel stations also die haben wie jetzt im standard spiel drin die artikel stations und zwar nicht für die verringerung und die gewinn der effektivität der helfer auf der farm sondern im moment sind die implementiert für eine bessere und genauere wette vorher sage ich weiß natürlich nicht würde es dann in zukunft in diesem dlc dann geändert wird dass diese artikel stations die wir mittlerweile im standardspiel drin haben auch die funktion von der verbesserung der arbeitsweise der helfer dann hat ob das dann auch darauf einen einfluss hat weil im 19er ist es so dass der einsatz einer artikel station im zusammenhang mit einem helfer dazu geführt hat dass man weniger kalk oder weniger dünger gebraucht hat um das feld auf den idealen stand zu bringen ich weiß nicht wie das dann implementiert wird in dem 22 version auf jeden fall so das ist so ein bisschen die angehensweise was wir erwarten können was herauskommen wird das heißt die neuen features kurz zusammengefasst wird sein dass wir am pflanzen sensoren erhalten werden wir werden machen müssen eine umweltbewertung wir werden eine variable aussaat machen das heißt wir werden wahrscheinlich dann auch wieder dazu gezwungen dass man nicht nur eine aussaat oder eine fruchtart auf dasselbe feld anwenden können das heißt wir müssten dann hier wieder umdenken dass wir eine rotation in die fruchtarten hereinbringen die die felder brauchen um eben einen gesunden und ökologischen stand und zu halten dann kommt die variable und kauf bekämpfung das kann dann sein oder entweder mit der pestizid oder pflanzenschutzmittel was ausgesprüht wird oder eben wie wir jetzt im 22 schon haben haben wir schon verschiedene arten wieder und das und kaut vernichtet werden kann im 19 gab es das pflanzenschutzmittel und ansonsten gab es nicht wirklich vieles zusätzlich hier im 22 haben wir jetzt schon verschiedene maschinen je nachdem wie fortgeschritten das wachstum des und kaut ist also wir können hier davon ausgehen dass hier auch noch ein bisschen mehr detail und tiefe in die und krautbekämpfung hereinkommen wird variable düngung natürlich das haben wir schon gesagt also die variable düngung die haben wir jetzt schon bei der gülle wir können jetzt sagen dass wir gleich bei einer überfahrt eine doppelte gülle menge ausbringen wollen das heißt wir können im prinzip zwei düngestufen auf einmal erfüllen ich weiß nicht wie das ganz genau dann aussehen wird im 22 unter dem präsidischen farming im letzten version in der letzten version im 19 war es einfach ganz klar man hat dann einfach eine dünge stufe ausbringen müssen was neu hinzukommen wird ist die option dass wir diese bodenkarten kaufen können das war im 19 zumindest meines wissens nicht der fall wir konnten im prinzip dann über die konsole die ganze karte aufdecken wie die boden beschaffenheit ist das wird wahrscheinlich dann auch in zukunft so sein aber auf jeden fall wird anscheinend eine kaufoption wo man quasi bei einem labor im prinzip diese proben erstellen lassen kann und dann im prinzip einfach die karten dann abkaufen kann also es wird hier schon klar auch von scheint mitgeteilt dass es vollständige neue gameplay mechaniken geben wird oder und auch natürlich dass die original versionen aus dem 19 version auch übernommen werden also die boden proben die boden typen und so weiter die werden ein ganz klar übernommen variable ertragssteigerung und die wirtschaftliche analyse wird auch übernommen das heißt da haben wir schon ein bisschen reingeguckt was das dann bringen soll was sind denn die vorteile von precision farming beiden erzeugnissen wie jeder landwirt nur zu gut weiß haben feldfrüchte allerlei bedürfnisse smarte technologien werden deren bedürfnisse analysieren und flexibel darauf eingehen mit einer nie zuvor dagewesen präzision die zu hochwertigen erzeugnissen führen etwa durch einen effizienteren einsatz von wasser dünger und pestiziden für die umwelt die die korrekte menge an ressourcen einzusetzen schont den boden reduziert das absinken ins grundwasser und spart natürlich besagte ressourcen kraftstoffeinsparungen schonen natürlich auch die umwelt der wirtschaftliche faktor gesteigerte effizienz bedeutet gesteigerte wettbewerbsfähigkeit durch reduzierte kosten bei höheren profiten und hochwertigen erzeugnissen gleichzeitig reduziert die technologie die arbeitslast das bedeutet dass quasi weniger arbeit für landwirte aufkommen wird das heißt da könnten eventuell daneben lohnkosten gespart werden die amortisation des investments in die kostspielige technologie wird also durch einsparungen von zeit und ressourcen bei jeder aufgabe gewährleistet ich möchte mal noch ganz kurz beispiele für die reale position farming technologie verwenden ein paar sekunden darauf verbringen folgende beispiele für präzision farming werden von landwirten eingesetzt es handelt sich dabei nicht um eine komplette liste aber zum beispiel werden drohnen und satelliten eingesetzt wird die kartierung und natürlich die überwelt wachung der felder benutzt on board computer und gps systeme in fahrzeugen und maschinen erlauben präzise navigation und sogar vollkommen automatisierte steuerung landwirtschaftliche roboter sind beispielsweise selbstfahrende traktoren quasi von autopiloten gesteuert der landwirt greift nur in notfällen ein die diverse sensoren erlauben die identifikation von variabilitäten in heterograinen zonen eines feldes und damit entsprechend variable bearbeitung der internet of things das internet der dinge bezeichnet das konzept der anbindung von systemen an ein netzwerk und den automatisierten datentransfer ohne aktives eingreifen im kontext von precision farming kann sich der landwirt in diese systeme einklinken software applikationen für verschiedene plattformen erlauben analyse und management sämtliche informationen kartierung von feldern verfolgung von tieren und mehr maschinelles lernen kommt bei drohnen robotern und geräten zum einsatz die mit dem internet der dinge verbunden sind daten werden von den computern verarbeitet und ausgewertet um entsprechende handlungsempfehlungen zu generieren basierend auf deren ergebnissen werden die vorschläge immer weiter optimiert also ihr seht dass dieses sagen wir mal antiquierte denken was ist der landwirt heute komplett überholt werden muss heute ist die moderne landwirtschaft ein hightech unternehmen wo immer mehr der computer auch mit eingebunden wird und eben auch immer mehr der fokus auf wirtschaftlichkeit auf optimierung des ertrages und natürlich auch auf den schutz des landes des bodens und so weiter fokussiert ist daher definitiv eine sehr sehr gelungene umsetzung denke ich mal dass das in ein videospiel reinkommen soll um eben auch das bewusstsein bei uns denn zockern zu erweitern zu stärken zu verändern und eventuell beim nächsten einkauf ein bisschen anders ja einkaufen ein bisschen anders uns verhalten gegenüber dem land wird vielleicht auch eine andere respekt gegenüber der arbeit und allem was dahinter steckt in der modernen landwirtschaft zu erbringen also eben ja definitiv ein das bild ein bisschen zu verändern wie die landwirtschaft gesehen wird ich hoffe euch hatte das video gefallen ich hoffe auch das war irgendwo hilfreich falls ja würde es mich freuen wenn ihr mir den daumen da lassen würde und bitte kommentiert doch ob ich irgendeinen aspekt vergessen habe vielleicht seid ihr auch in der landwirtschaft tätig und könnt entweder diese angehensweise bestätigen in der modernen landwirtschaft oder würdet ihr sagen das ist überhaupt nicht so das ist alles erlogen und so weiter ich möchte gerne eure kommentare dazu lesen was ist das was ist zu erwarten was denkt ihr über das und vielleicht wenn ihr aus erfahrung sprecht wie ist das in bei euch auf dem hof in real life wie werden diese technologien eingesetzt wird das überhaupt gemacht ist das überhaupt ein thema das möchte ich gerne wissen von euch für alle die die sich noch nicht das abo geholt haben und denken dass diese art von inhalte interessant sind bitte holt euch das abo ab ich mache auch fast täglich die videos zu den mods die im chance montag freigegeben werden nicht verpassen alles ist interessant und sehr spannend für euer let's play oder für ein safe game ganz ganz herzlichen dank ich bedanke mich danke tschüss und ¡Hasta luego!